Pitbull, Hunderasse, die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den Pitbull. Ich habe für dich die wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Pitbull vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Pitbull ist eine kräftige, muskulöse und energiegeladene Hunderasse, die ihren Ursprung in Großbritannien und den Vereinigten Staaten hat. Pitbulls sind eigentlich keine eigenständige Rasse, sondern werden oft als Sammelbegriff für verschiedene Rassen wie den American Pitbull Terrier, den American Staffordshire Terrier und den Staffordshire Bull Terrier verwendet. Sie wurden ursprünglich für Hundekämpfe und als Arbeitshunde gezüchtet, sind jedoch heute als loyale und liebevolle Familienhunde bekannt. In diesem Hunderasse-Porträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Pitbulls Die Ursprünge des Pitbulls liegen im 19. Jahrhundert in Großbritannien, wo sie aus der Kreuzung von Terriern und Bulldoggen entstanden sind. Diese Hunde wurden für Hundekämpfe und als Arbeitshunde auf Bauernhöfen eingesetzt. Später wurden sie in die Vereinigten Staaten gebracht, wo sie weiterentwickelt und für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt wurden, wie zum Beispiel als Rettungshunde, Polizeihunde und Familienhunde. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Pitbulls sind intelligente, mutige und selbstbewusste Hunde. Sie sind sehr loyal und anhänglich gegenüber ihrer Familie und können äußerst liebevolle und verspielte Begleiter sein. Trotz ihres Rufes als aggressive Hunde sind gut erzogene und sozialisierte Pitbulls meist freundlich gegenüber Fremden und anderen Hunden. Die Rasse benötigt eine konsequente und liebevolle Erziehung, um ihren starken Willen in die richtigen Bahnen zu lenken. Passt der Pitbull zu mir? Der Pitbull eignet sich für aktive und erfahrene Hundehalter, die bereit sind, Zeit und Mühe in die Erziehung und Sozialisierung des Hundes zu investieren. Sie benötigen viel Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Die Rasse eignet sich gut für sportliche Menschen und kann auch ein guter Begleiter für Joggen, Radfahren oder Wandern sein. Wenn du einen Pitbull in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 2000 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Pitbull? Erziehung und Entwicklung des Welpen Pitbulls sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Eine frühe Sozialisierung ist besonders wichtig, um Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der Pitbull? Der Pitbull benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Lange Spaziergänge, Wanderungen oder sportliche Aktivitäten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des Pitbulls ist recht einfach, da ihr kurzes Fell nur gelegentliches Bürsten erfordert, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Die Rasse neigt dazu, weniger zu haaren als viele andere Hunderassen. Achte darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Pitbulls können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, Allergien und Herzerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Pitbulls sind trotz ihres Rufes als potenziell aggressive Hunde äußerst vielseitige und liebevolle Begleiter. Sie eignen sich sowohl als Familienhunde als auch als Arbeitshunde in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Such- und Rettungshunde, Therapiehunde und Assistenzhunde. In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, sind Pitbulls als Listenhunde eingestuft, was bedeutet, dass sie als potenziell gefährlich gelten und besondere Auflagen erfüllen müssen. Dies ist jedoch größtenteils auf Vorurteile und mangelndes Wissen über die Rasse zurückzuführen. Ein gut erzogener, unsozialisierter Pitbull ist ein treuer und liebevoller Begleiter. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Pitbull. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hundefantastisch. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde. Vielen Dank.